Die Mathematiker Émile Borrell und Henri Lebecq haben um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert die Grundlagen der Maß- und Integrationstheorie gelegt. In dem Zusammenhang trat ein Problem auf, bei dem sich letztlich herausstellte, dass es nicht lösbar war, das Maßproblem, und dieses Problem sieht folgendermaßen aus. Ich formuliere es nur für den R1, ich schreibe kurz R, die reellen Zahlen. Der Beweis lässt sich aber direkt verallgemeinern ohne große Änderungen für den R hoch K. Die Frage ist die, gibt es eine Längenfunktion, ich schreibe das mal in Anführungsstrichen, nennen sie Groß L, die soll definiert sein auf allen Teilmengen von R, das heißt auf der Potenzmenge von R, soll nicht negative reelle Zahlen als Werte annehmen, aber auch den Wert unendlich annehmen dürfen. Und die Eigenschaften der Funktion sollen folgende sein. L von der leeren Menge soll 0 sein. L von einem abgeschlossenen Intervall von A bis B soll die Länge des Intervalls sein, deshalb auch Längenfunktion, und zwar ganz egal, wie die reellen Zahlen A und B sind, solange A kleiner gleich B ist. Insbesondere erkennt man für A gleich B, L von einer einelementigen Menge ist 0. Die dritte Eigenschaft ist die, wenn ich die Menge A um eine reelle Zahl x verschiebe, ich bilde also die Menge aller z plus x mit z aus A, dann soll die Funktion L invariant sein, sie soll sich nicht ändern, das soll L von A sein, für jedes A Teilmenge R und für jedes x aus R. Diese Eigenschaft nennt man Translationsinvarianz. Die letzte Forderung an die Funktion L ist die, L von der unendlichen Vereinigung von paarweise disjunkten Mengen A1, A2, hierfür schreibe ich Summe, ich verwende die Summenschreibweise für die Vereinigung von paarweise disjunkten Mengen, soll gleich Summe der L von AJ sein, falls A1, A2 und so weiter paarweise disjunkten sind. Diese Eigenschaft nennt man die Sigma-Additivität von L. Die Gleichung ist folgendermaßen zu verstehen, wenn mindestens ein Summand L von AJ auf der rechten Seite gleich unendlich ist, dann ist die ganze Summe gleich unendlich. Wenn jeder Summand L von AJ eine reelle Zahl ist, kann die Reihe divergieren mit dem Wert unendlich, sie kann aber auch konvergieren. Folgendes sollte man beachten, grundsätzlich verwende ich die Summenschreibweise für die Vereinigung disjunkter Mengen. Das kommt in der Folge noch mehrfach vor. Das Schöne daran ist, dass man sofort erkennt, dass die Mengen paarweise disjunkt sind, sonst verwende ich diese Schreibweise nicht. Folgendes ist auch wichtig, aus der Sigma-Additivität in D diese Eigenschaft und der Eigenschaft A, L von der leeren Menge gleich 0, können wir schließen, dass L von der Vereinigung zweier disjunkter Mengen, nennen wir die Mengen A und B, gleich L von A plus L von B ist. Dafür muss ich nur in der Eigenschaft D die Menge A1 gleich A setzen, A2 gleich B und jedes AJ für J größer gleich 3 setze ich gleich der leeren Menge. Eine weitere wichtige Eigenschaft der Funktion L ist die sogenannte Monotonie. Wenn A Teilmenge von B ist, so ist L von A kleiner oder gleich L von B. Diese Eigenschaft folgt daraus, dass B die Vereinigung der disjunkten Mengen A und B vermindert um A ist. Nun das Resultat, ein negatives Resultat, ist folgendes Satz. Es gibt keine Funktion L, die auf allen Teilmengen von R definiert ist, mit diesen Eigenschaften A bis D. Das Resultat geht zurück auf Giuseppe Vitali, einen italienischen Mathematiker, stammt aus dem Jahr 1905. Der Beweis ist gar nicht so schwer. Wir definieren für reelle Zahlen x und y eine Relation und sagen x tilde y dann und nur dann, wenn die Differenz x minus y eine rationale Zahl ist. Man sieht unschwer ein, dass diese Relation eine Äquivalenzrelation auf R ist, nämlich x ist äquivalent zu x, da die Differenz, die ist 0, eine rationale Zahl ist. Die Symmetrie der Relation folgt daraus, dass mit jeder rationalen Zahl auch deren negatives eine rationale Zahl ist. Und wenn x in Relation zu y steht und y in Relation zu z, dann gilt x minus y ist eine rationale Zahl, aber auch y minus z und damit ist die Summe, und das ist x minus z, auch eine rationale Zahl und das bedeutet, x steht in Relation zu z. Wir haben also in der Tat eine Äquivalenzrelation. Dann gibt es aber eine nicht leere Indexmenge i und Äquivalenzklassen ki Teilmengen von R für jedes i in dieser Indexmenge mit der Eigenschaft, dass die Menge der reellen Zahlen zerlegt wird in paarweise disjunkte Äquivalenzklassen. Man sieht also hier wieder die Summenschreibweise für die Vereinigung von paarweise disjunkten Mengen. Es gilt also für je zwei reelle Zahlen x und y sind genau dann äquivalent, wenn sie in der gleichen Äquivalenzklasse liegen. Es gibt also dann ein i in der Indexmenge derart, dass x und y beide Elemente von ki sind. Wir benötigen jetzt das Auswahlaxiom der Mengenlehre. Dieses Auswahlaxiom besagt, es gibt eine Funktion, eine Auswahlfunktion, die sich aus jeder Äquivalenzklasse ein Element herausgreift und die herausgegriffenen Elemente fassen wir in einer Menge zusammen, die nennen wir A. Es gibt also eine Menge A, Teilmenge von R, mit der Eigenschaft, dass diese Menge mit jeder Äquivalenzklasse genau ein Element gemeinsam hat. Das können wir kompakt so schreiben. Die Anzahl der Elemente in A geschnitten ki ist 1. Wir können ohne Beschränkung der Allgemeinheit auch annehmen, dass diese Menge A Teilmenge ist im halboffenen Intervall von 0 bis 1. Denn jede Zahl x ist äquivalent zu x minus unterer Gaussklammer von x, also der ganzzahlige Anteil von x. Denn die Differenz x minus x minus ganzzahliger Anteil ist der ganzzahlige Anteil und der ist eine rationale Zahl. Da x vermindert um seinen ganzzahligen Anteil im halboffenen Einheitsintervall liegt, kann diese Annahme über A in der Tat ohne Beschränkung der Allgemeinheit gemacht werden. Behauptet wird jetzt, es gilt, dass die reellen Zahlen die Vereinigung sind der paarweise disjunkten Mengen r plus a, wobei r die rationalen Zahlen durchläuft. Wir müssen jetzt zweierlei zeigen. Offenbar ist die rechte Seite eine Teilmenge von r. Wir müssen zeigen, dass die linke Seite eine Teilmenge der rechten ist und wir müssen zeigen, dass die Mengen auf der rechten Seite paarweise disjunkten sind. Zeigen wir zunächst mal, dass jedes reelle x enthalten ist in der rechten Seite. Wir geben uns ein beliebiges x vor. Wir wissen, das liegt in einer Äquivalenzklasse und ein Vertreter liegt natürlich in der Menge a. Es gibt also ein Element b aus a mit der Eigenschaft, dass x äquivalent ist zu b. Das bedeutet aber, nach Definition der Relation, x minus b ist eine rationale Zahl. Und wenn wir die rationale Zahl mit r bezeichnen, dann steht hier nichts anderes als x ist r plus b mit r aus q und damit sieht man, dass x in der rechten Seite ist. Es gibt also eine Menge r plus a mit x aus r plus a. Sehen wir uns den nächsten Schritt an im Beweis. Nehmen wir an, wir hätten rationale Zahlen r und s und nehmen wir an, es gäbe ein x, was in r plus a und in s plus a liegt. Wir werden zeigen, dass das nur dann möglich ist, wenn r gleich s ist und damit haben wir gezeigt, dass diese Mengen r plus a für verschiedene r paarweise disjunkt sind. Wenn ein x in dieser Menge ist, dann gibt es, nach Definition von r plus a und s plus a, Elemente b und c der Menge a mit der Eigenschaft, dass ich x schreiben kann als r plus b, aber auch als s plus c. Wenn ich das letzte Gleichheitszeichen nehme und subtrahiere c und r auf beiden Seiten, dann erhalte ich b minus c ist gleich s minus r. s und r sind rationale Zahlen und damit ist auch die Differenz s minus r eine rationale Zahl. Das bedeutet aber, nach Definition der Äquivalenzrelation, b ist Äquivalent zu c. Nun war vorausgesetzt, dass b und c beide Elemente von a sind. Die Menge a enthält aber aus jeder Äquivalenzklasse nur ein Element. Das bedeutet, b und c können nicht verschieden sein, b ist gleich c. Wenn aber b gleich c ist, schauen wir aufs zweite Gleichheitszeichen in dieser Zeile, dann muss r gleich s sein. Und das war zu zeigen. Wir nehmen die bisherigen Ergebnisse auf die nächste Folie als Memo. Wir haben diese Darstellung von r und wir wissen, dass die Menge a Teilmenge ist des halboffenen Einheitsintervalls. Wir nutzen jetzt die Sigma-Additivität und die Translationsinvarianz der Funktion l aus. Nun es folgt, unendlich ist gleich l von r. Die Darstellung im Memo besagt, das ist gleich l von dieser abzählbaren Vereinigung von paarweise disjunkten Mengen. Aber aufgrund der Sigma-Additivität können wir das Summenzeichen nach vorne ziehen und haben Summe r durchläuft die rationalen Zahlen l von r plus a. Aufgrund der Translationsinvarianz von l ist aber l von r plus a gleich l von a. Das heißt, wir haben dieses Gleichheitszeichen und jetzt sieht man das abzählbare Aufsummieren von l von a und l von a ist eine reelle Zahl oder unendlich soll den Wert unendlich ergeben und das geht nur dann, wenn l von a größer ist als 0. Andererseits wissen wir, a ist eine Teilmenge des halboffenen Einheitsintervalls. Und wenn wir jetzt die Mengen r plus a vereinigen nur über diejenigen rationalen Zahlen, die im Einheitsintervall liegen in dem halboffenen, dann erhalten wir, dass jede dieser Mengen r plus a, die vereinigt werden, Teilmengen sind des Intervalls des halboffenen von 0 bis 2. Und insofern ist auch die Vereinigung eine Teilmenge von diesem Intervall. Wir können jetzt schließen, 2 ist gleich l von diesem halboffenen Intervall. Zur Erinnerung, l von der einpunktigen Menge, die nur aus 2 besteht, ist 0. Und allgemein ist ja l von einem abgeschlossenen Intervall von a bis b die Länge des Intervalls, also b minus a. Nun, das ist größer oder gleich, jetzt geht die Monotonie ein, l von dieser Vereinigung, denn diese Vereinigung ist eine Teilmenge des Intervalls von 0 bis 2. Hier haben wir paarweise disjungte Mengen, absehbar unendlich viele. Wir nutzen nochmals die Sigma-Additivität aus, ziehen die Summe nach vorne, haben dann l von r plus a. Jetzt kommt wieder die Translationsinvarianz von l. Das ist Summe über diese rationalen Zahlen im halboffenen Einheitsintervall l von a. Und jetzt sieht man, diese Summe soll kleiner oder gleich 2 sein. Und die Summe hat unendlich viele Summanden. Das geht nur dann, wenn l von a gleich 0 ist. Und wir haben einen Widerspruch erhalten zum Ergebnis von vorher, dass l von a positiv ist. Damit ist der Satz bewiesen. Was ergibt sich nun aus dem Satz von Vitali? Da es nicht möglich ist, jeder Teilmenge von r eine Länge zuzuordnen und in gleicher Weise jeder Teilmenge des r hoch k ein k-dimensionales Volumen, also im Fall k gleich 2 eine Fläche, muss man offenbar bescheidener sein und den Definitionsbereich der Längenfunktion l einschränken. Diese Einsicht gilt auch in der Stochastik. Viele Wahrscheinlichkeitsmaße lassen sich nur auf einem gewissen Teilsystem des r hoch k, also einem geeigneten System von Teilmengen des r hoch k, definieren. Der Ausweg besteht also in einer Einschränkung der Funktion auf ein echtes Teilsystem der Potenzmenge. Ein solches Teilsystem sollte abgeschlossen sein gegenüber gewissen mengentheoretischen Verknüpfungen wie etwa der Bildung von Vereinigungen abzählbar vieler Mengen. Das heißt, mit abzählbar vielen Mengen in diesem System sollte auch deren Vereinigung in dem System sein. Diese Forderung führt auf den Begriff einer Sigma-Algebra. Hierzu wird es ein eigenes Video geben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017